Mein Name ist Joachim Kaiser. Ich arbeite bei der Firma Glynn als Vertriebsleiter für die gesamte Firma Glynn. Glynn hat seine eigene Memory-Linie mit dem Markennamen X-More. Wir haben hier eigene Memories designed, die mehr Ansprüche der Industriekunden erfüllen, und zwar Langfristverfügbarkeit, eine fixe Bombe. Unsere Teile sind über viele Jahre zu bekommen, ohne dass der Kunde immer wieder neue Freigaben machen muss. Wir wollen natürlich ganz genau unseren Fokus Support is Rot hier vorstellen, durch unsere sehr, sehr speziellen Produkte. Wir haben sehr beratungsintensive Produkte in unserem Programm, haben hier unser Programm entsprechend noch erweitert, speziell im Memory-Bereich durch einen neuen Lieferanten, Silicon Motion, der hier speziell für unsere Industriekunden noch eine schöne Produktergänzung bringen kann. Ansonsten bieten wir unseren Kunden die kompletten Produkte, angefangen vom Display über Memories, über Microcontroller, um wirklich ein komplettes Design im Industriebereich abzunehmen. Was wir im Moment jetzt noch weiterführen wollen in diesem Bereich ist, auch wenn wir keine C-Teile haben, werden wir uns mit Supply Chain auseinandersetzen, um einfach die speziellen Produkte, die ja meist mit sehr langen Lieferzeiten behaftet sind, unseren Kunden einfach über diese Supply Chain-Lösung, Kanban, Consi und Lieferplan, besser und sicherer und langfristiger zu beschaffen.